Yes! Und jetzt wird Geistern auch noch. Komm, gib mir ein paar Phishing Boosts. Ja, da ist er doch. Banzai! 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 Kennt ihr immer noch diese Sendung, wo man immer wetten musste? Richtig schlecht. So, Banzai! Mario! Das ist heute angesagt. Ja, genau das hatte ich erwartet. Und genau das ist schon sehr lustig. Ja komm, lass mich spielen jetzt. Lass mich spielen! Diese ganzen Dinger da in den Blö... Oh Gottchen, ey. Ja, los. Read me. Hm. Most Sprites can be slight killed. Aha. If a Sprite acts like a vanilla enemy, it behaves like one too. Ach, okay. If the blocks shown on the right are not familiar to you, please play more Romhacks. Infinite Lives, Instant Retry, etc. Ich kenn' nicht eine Sache davon. Aber, na okay. Na doch, viele Sachen nur verkehrt. Aber nicht alle. Dann rein. Infinite Lives und Instant Retry und hast nicht gesehen. Jetzt geht's ab, Leute! Banzai! Und da sind sie schon. Oida! Dann kommt er und schießt natürlich auch noch so Kollegen da rum. Yes! Yes! Ich hab' genau das erwartet und ich wurde nicht entschuldigt. Geil! Und da kommen die drei da oben. Ne! Mach' meinen Mann nicht so heftig, bitte. Bruder! Bruder! Und drei hintereinander. Das sind die Gangster. Oida! Ja. Was heißt denn Instant Retry? Stimmt doch gar nicht. Oh! Ja. Hier machen wir mal ein Save auch als kleiner Mario. Ja. Ja. Nee. Dann müsst ihr ja jetzt. Aber nicht von Anfang, ne? Oh Gott. Nein. So spiel ich das nicht. Das ist mir zu hart. Wir wollen ja heute auch noch fertig werden. Nein! Das ist einfach so eine richtig schmierige Nummer. Wo dann ganz viele so... Mario ist ja heutzutage anders, ne? Früher hast du einen Kaiso-Hack gespielt mit den Safestates und dann haben sie hinterher gesagt, oh, ich hätte das an deiner Stelle nicht gemacht. Heutzutage gibt's so Leute wie Grand Pooh Bear und Denzen und so was, die spielen dann einfach dann durch. Ohne Safestate. Oh ja, dann hat das halt eben drei Wochen gedauert. Dann ist mir doch egal. Und dann denkst du, nein, Alter. Ich hab ein Privat- und ein Berufsleben. Das ist beides das gleiche meistens. Und dann kann ich das nicht. Dann kann ich das nicht, Freunde. Ich kann nicht ohne Safestate so eine Kacke hier durchspielen. Das geht nicht. Ja, weil er hier... Das ist auch ein ganz komischer Pixel, wo er mich gekriegt. Ja. Obwohl geil ist. Obwohl sehr geil ist. Nee! Was heißt denn Slide-Kill? Ich muss runter. Ich muss runter. Und wieder rauf. Das ist einfach so doof. Und jetzt geht's bestimmt richtig ab. Nein, was war das denn? Ach so, die roten Pflanzen. Genau. Die lassen sich natürlich nicht davon abhalten, dass ich auf denen draufstehe. Die kommen trotzdem raus. So war das. Ja. Ich erinnere mich flüchtig. Dann geht's hier so weiter. Ja? Dann muss ich erstmal schon über den drüber und dann habe ich's. Nee! Ich muss über den drüber, habe ich doch gesagt. Zack! Oh nein! Das ist mir zu viel RNG, Leute. Das ist mir zu hart. Oh, Alter! Oh, Alter! Oh, Alter! Die sind zu groß! Langsam nervt's! Langsam nervt's! Aber sicher nervt's! Äh! Bin ich hier sicher? Ich glaube. Der Endgegner! Ja. Da müssen wir natürlich drauf warten. Ja, was ist das? Alleine die Hitbox von den Dingern wieder! Das ist... Das geht nicht. Ich meine, ja, gut, dass er mich so erwischt, wenn er dann komplett bei mir rein meddelt, dann ist es in Ordnung. Aber manchmal ist fragwürdig. Alleine... Ah! BANZAI! Oh nein! Ich muss das hier ganz schnell machen, weil die sind ja da nicht wieder von... Oh, Gott, warte, 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 warte. Ja, wie geht das denn hier jetzt? Nein! Leute, das ist... Ja, geh da doch rein, du blöder Klempner! Geh rein! Geh in diese Tür! So auf Krawall so eine Tür betreten müssen. Das ist doch Mario immer schlimm. Ja! Okay, das akzeptiere ich hier. Oh ja, warte, warte, warte. Ich dachte, ich kann von dem abbouncen, aber ich kann auf dem stehen. Oh ja, ich habe gerade gesagt, dass ich es gut finde. Direkt revidiert. Direkt ist mir nichts mehr hier. Oh, nee. Ich hatte gehofft, das wäre die einzige großartige Timing-Nummer hier. Ja, toll. So, man muss drunter. Ja. Wenn man das nicht weiß... Ach so, wir können doch noch eine Linie machen. Ja, 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 stimmt. Haben wir alle einen Mario-Film gesehen? Hätte er das auch gemacht. Ich weiß nicht. Hätte er mal machen sollen. Muss ich jetzt rein in so eine Röhre hier? Oder was ist der Plan? Ja! Abgeschlickert hat er mich. Und dann geht es hier weiter. Obwohl das mega geil ist. Auf so einen Flipper da mitzufahren. Ich weiß nicht, wie ich dem ausweichen soll. Nee. Jetzt mal bei aller Liebe. Das funktioniert nicht. Nein. Das geht nicht. Es geht doch. Es geht doch. Es geht. Er will nicht nach rechts wie Mario. Spiel doch mal nach rechts, wenn ich jetzt sage. Ach so, ich muss... Ah, ich muss den schon vorher anstecken. Nee. Nee. Nee, da, da. Ja, ich darf bestimmt nicht die Münzen sammeln. Obwohl, warte. Ich muss die Münzen sammeln. Bzw. ich muss da, wo die Münzen sind, ist der auch Ärger. Okay. Yeah, 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 yeah. Nein, 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 nein. Oh, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Das kann nicht euer Ernst sein. Also bis jetzt geil, aber das hier, das kann... Das kann nicht euer Ernst sein. Ah! Kann ich den töten? Kann ich den töten? Ich will den töten. Ich will den töten. Ich gehe einfach mal direkt so raus. Ja, geht auch noch auf Konfrontationskurs da, der Lachse. Und wieso mir da so ein ganz, ganz schlecht gerendertes Ausrufezeichen da reinmalen? Oh yeah! Und rein! Yes! Und jetzt wird geistern auch noch. Komm, gib mir ein paar Fishing-Boosts. Ja, da ist er doch. Das ist schon geil. Mega Kacke, aber auch irgendwie geil. Ich spiele so ein Hack hier bei diesem Question-Level-Level-Design-Contest und ich denke mir, das ist das Schlimmste, was da kommen kann. Und dann spielst du den nächsten und dann ist wieder angesagt. Dann hast du wieder was Neues. Es gibt immer einen größeren Fisch. Also wie das gehen soll, weiß ich bisher nicht. Ach, Leute, das ist doch scheiße hier. Das ist doch nix. Na gut. Na gut. Na, du. Oh, rechts und links und zack und ein Wegtreten in die Fresser und den Bauch. Bam, bam, bam. Und da ist so eine ganz, ganz schmale Gasse. Da muss ich durch. Ich sollte mir mal langsam Rewinds hier auf meinen Gamepad machen. Weil so wie das jetzt läuft, kannst du ja echt nicht bleiben. Nein, er ist schon wieder da. Ja, so. Magst du selber, dass das irgendwie Unsinn ist hier? Ja, das geht nicht anders. Ach, Leute, das ist... Alleine diese dicke Nase da von dem. Wie soll ich denn da durch? Wie soll das denn gehen? Ah, das funktioniert doch niemals. Also, ja. Kann ich das machen? Ja, jetzt bin ich raus. Jetzt soll Maddy raus. Immer wenn er das Ding wieder zurückschwängelt, dann ist es schwierig. Ach, Kacke. Ja, das... Warte, so geht's. Nee, so geht's nicht. Ja! Und jetzt hier Damage Boost! Lauf, Mario! Das ist einfach nix. Das ist einfach gar nix hier. Es ist der schlimmste Fishing Bull ich je gesehen habe. Ich hab schon viele von den Jungs gesehen. Guck mal, da oben schießen sie auch nochmal mit so'n dicken. Damit man dann ja nicht da oben lang geht. Hö, hö, hö. Ich hab mir was dabei gedacht. Aber da darfst du dann doch nicht... Leil! Oh, hau ab! Das ist so dumm. Ich will nicht mit Fishing Bull! Ich will nicht! Bis dahin war cool, aber jetzt... Nein! Grüße gehen raus an Julian, der sich von dem Sturwan hat verkloppen lassen. So fühl ich mich gerade. Ja, die Schwäne auf der Alster, die sind schlimm. Nee. Ja, ich bin kurz vorm Ende. Ich hab's gleich geschafft. Ich bin gleich... Ich bin gleich in deiner... Ich bin gleich in deiner Haumsäure. Guck an! Oh, zack! Rein da! Yeah! Oh nein! Das ist Area 4 von 5. Das heißt, die Lava-Welt haben wir noch gar nicht gesehen. Wetten, das tönet mich hier? Ja, sicher. Alles fragwürdig hier. Aber das ist bis jetzt noch einfacher als das Feuer. Ja, bis jetzt. Da, da waren wir. Ich hab's verkackt. Der Ernie, der ist ein typischer Verkacker. Nee! Ich hätte doch einen Spin-Job machen sollen. Ein einfacher Spin-Job. Ja! Kriegen wir das als ein Small Mario hin hier? Ich glaub, ja. Das ist gar nicht so schlimm. Das war wirklich nicht schlimm. Also, dagegen war ja der Fishing-Buru, das war ja hundertmal schlimmer. Ja, da muss ich hier den Scala-Trick machen. Nee, das geht so nicht. Nein. Wie lädt man das denn auf? Ihr wisst genau, was ich meine. Ja, so. Alles klar. Hälfte haben wir. Und jetzt noch durch den anderen hier. Moin! Und hoch! Perfekt abgepasst! Bam, Alter! Oh, nein! Oh, nein! Das ist... Das geht nicht. Wo hab ich bespeichert? Hier? Kann nicht sein. War ich so gut? Ja. Bisschen nervt's auch. Minimal. Okay, 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 okay. Und rallen! Nein! Ich sag's ja, das ist wieder... Dann die einfachen Sprünge, die werden's dann nicht. Weil, das ist so, wenn du, wenn du bei... Wenn du so, sagen wir mal, so bist du im Mittelalter, ne? Und versuchst dann so, bist du auf der Burg stationiert. Auf der... Du musst so aufpassen. Quasi als Wachposten. Und du machst... Du guckst nur nach Riesen. Und dann kommen die Ameisen und beißen dir in den Arsch. Ja, das ist einfach so. Hab ich von der Magic-Card in den Trick. Das ist ein wunderbaren, philosophischen, megacoolen Text. Ja! Ja, er kloppt immer, ne? Er hat eine ganz besondere Aufgabe. Es ist auch krass, dass der bis nach unten geht. Ja? Kann ich mich zwischen denen hinstellen? Das müssen wir jetzt rausfinden. Das ist also das schlimm. Nee, da muss ich... Einmal muss ich aushalten. Nee, das ist... Das... Vom Timing her ist das sehr schwierig. Er dreht sich auch noch mitten auf der Nase um. Nur um mir zu zeigen, Disrespect, Baron. Kein Respekt hat er von mir. Aber dann auch nicht wegziehen. Normalerweise muss er ja wegziehen. Aber die Szene mag ich. Yeah, durch. Hatte so ein bisschen Endgegner-Vibes, aber wir müssen trotzdem noch weitermachen. Es ist einfach so schlimm. Es ist so schlimm mit den riesigen Banzer. Oh Gott, warte. Wie soll ich das denn machen? Wie soll das gehen? Ich glaube, mit einem Spin-Jump geht das. Aber das muss Pixel-Perfect sein. Oh Mann. Nee. Ich kann mich ja dazu verleiten, den wieder zurückzunehmen. So. Yeah. Dreif. Nee, fünf von fünf jetzt. Und was sagt er mir? Eight rooms, two mushrooms, no checkpoints. Hä? Oh, geil. Eins. Hä? Nee, dann machen wir noch mal. Das ist schon geil. Das ist schon geil, Leute. Dann los. Raum Nummer eins. Immer in Bewegung bleiben. Und rein. Raum Nummer zwei. Rein. Raum Nummer drei. Und, ey, nee, gar nicht gut. Und jetzt? Hallo? Ach so, äh, warte. Hä? Dann muss ich einfach mehrfach machen. Ich verstehe. Und dann nochmal und dann haben wir's. Und Baby, rein. Oua! Sag mal, wie er hier... Weil der zieht, ey. Der zieht. Komm mal diese Fresse an. Das ist doch geil. Oh nein, rein, Alter. Mario, du sollst da rein. Ach, wie du die auf Mütze kriegst. Das ist voll lustig. Yes. Nur noch zwei. Das kann ich. Kann Gott mir den ganzen... Oh, oh, ich hab danach nicht gespeichert. Doch, doch, doch. Der Hammer. Und runter. Das kann ich gar nicht. Aber ich muss hier ein bisschen Risiko gehen. Und runter. Und zack. Der Hammer. Yeah. Und jetzt vorletzter. Was muss ich hier machen? Was muss ich hier machen? Muss ich einfach überleben? Wie wär's, wenn du mal schon hoch abspringen würdest, Mario? So. Ich glaub, ich muss hier einfach überleben. Ja, ich muss einfach überleben. Also theoretisch könnte ich ja... Es gibt auch keinen toten Winkel hier. Ich mach das mal so. Nein, er... Oh, er... Abgebounced. Abgebounced ist er. Mario, ehrlich jetzt... Ach, Gott. Das ist... Das ist auch so ein Schwein da oben rechts. Hör auf damit. Lass diese... Diese... Gewerfe sein. Ich hab die Musik ausgemacht. Ich weiß nicht wie. Wie hab ich... Wie hab ich... Warte mal. Sound. Layback rate. Nee, wir haben jetzt einfach keinen Sound mehr. Enable all. Jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir Mucke. Oh... Weiter. Yes. Ich weiß ja nicht, wie weit er geht. Muss ich erst mal rausfinden. Ist egal wo? Wahrscheinlich nicht. Yeah. Das ist... Beinahe schon verfassungsfeindlich, was hier passiert, aber... Aber heute sind wir mal nicht so. Die Farben auch. Ist alles ganz schwierig hier gerade. Und rein! Da ist der Boss. Banzai! Area 6 von 5. Ich glaub's auch nicht. Natürlich. Wer sonst? Eins. Oude! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße! Das ist übertriebene Härte hier gerade. Das kann ich so nicht gutheißen, Leute. Zwei. Was hat er jetzt für einen Trick? Ja, das ist noch okay. Ja, drei. Jetzt ist gut. Ne. Ja, vier. Dann hast du ja auch noch diesen Quatsch da drin. Dass, wenn du auf einem Frame von zwei Sachen gleichzeitig getroffen wirst... Na, wo ist denn der Blaue jetzt hin? Na, wo ist denn der Blaue jetzt hin? Dass du denn... Quasi trotzdem Schaden kriegst? Äh. Oh, dieses Kreuzfeuer hier. Kann ich eigentlich einen anderen von denen auch pläten? Nein, das geht so durch. Jetzt! Muss ich den jetzt einsammeln? Ja! Muss ich den einsammeln, wir haben es geschafft. Banzai! Banzai! Oh, wetten, wetten, wetten! Yes! Kredits nuts! Anzaaaa! Anzaaaa! Come on, come on! Bet, 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 bet! Okay, that's it! Who's to do it with? Aha! Ha!